Landwirtschafts-Simulator 22 Landwirtschafts-Simulator 22 Landwirtschafts-Simulator 22 So, schauen wir mal, dass wir noch ein paar Quaderballen hier rausbekommen. So, Mundele. Die letzten zwei Bahnen. Dann sammeln wir die Ballen ein und bringen die zum Verkauf. Ich weiß gar nicht wohin jetzt. Ich glaube zum Viehhandel. Aber wir müssen nochmal gleich schauen. So. Dann bringen wir da noch einen Ballen raus. Ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Oder wie sieht es aus? Ne, 44%. Das wird kein ganzer Ballen mehr werden. So, ich hoffe, dass wir dann aber den Auftrag trotzdem abgeschlossen bekommen. Jo. So, wir schauen mal, ob wir... Zack, zack. Ja, er wirft noch einen aus. Sehr gut. So, komm. Mach schon. So, jetzt aber. Jetzt... Ja, hervorragend. Der ist raus. Dann werden wir mal schnell... Ach so, äh, Augenblick. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ach, den Sammelwagen haben wir noch gar nicht hierher geholt. Da drüben steht... Der Krone, mit dem haben wir gemäht. Der war hier im Auftrag mit dabei. Der Big M 450. Und jetzt schauen wir mal... Ja, da steht er doch. Da steht er doch. Unser Valtra hat bereits... Den Sammelwagen, den Ballensammelwagen hier angehängt. So, dann fahren wir mal zu dem Feld auf der anderen Seite der Map. Und in der Zwischenzeit erzähle ich euch ganz kurz, was ich geplant habe, beziehungsweise woran ich arbeite oder woran ich überlege. Wir haben ja unsere Forstwirtschaft. Das heißt, wir sind jetzt im September. Wir kommen jetzt wieder in die Wintermonate und wollen natürlich wieder ein bisschen Geld verdienen mit Forstwirtschaft. Wir haben ja unsere Bäumchen gepflanzt, über 200 Stück. Die werden wir dann hoffentlich dann im Dezember oder Januar fällen. Und ich bin jetzt fast am überlegen, ob wir da wirklich nur wieder Häcksel gut machen. Oder ob wir da oben dann auf unserer Fläche vielleicht eine Schreinerei, beziehungsweise ein Sägewerk platzieren. Um dann vielleicht auch Bretter oder ähnliches herzustellen. Allerdings müsste man da auch erstmal schauen, wo wir das Ganze dann auch, ja, ich sage mal, gewinnbringend auf dieser Map verkaufen können. Weil diese Mods sind natürlich alle aus der Geschichte mit dem letzten großen Paket, wo ja Silver Run oder wie die Map wieder hieß, also die große Forstwirtschaft Map. Und damit finde ich auch gleich wieder den Bogen zu, ja, in 14 Tagen. 14. November ist es soweit. Da kommt ja das nächste große Expansion-Paket mit auch einer neuen Map. Und die werden wir, denke ich, dann auch anzocken. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist zu überlegen, ob wir hier nicht nur einfach Hackschnitzel machen und sozusagen dann den Winter Geld verdienen. Oder ob wir hier dann doch, ich sage mal, kontinuierlich oder konsequenter in den Bereich Forstwirtschaft einsteigen wollen. Das wäre so mein Thema. Aber jetzt bringen wir erstmal die Wallen hier, den Auftrag zu Ende. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, was wir da machen können und was auch für die Zukunft zum Beispiel. Ich habe, es gibt ja noch eine weitere Fläche, die wir hier kaufen kann, wo man ja einen Hof bauen kann. Und da bin ich auch im Überlegen, ob wir dann nicht eventuell noch so einen kleinen, ja, ich sage mal, Bergkuhstall oder irgend sowas platzieren. Dann auch das werde ich euch dann gleich zeigen. Aber jetzt erstmal hier die Ballen einsammeln. Dazu das Gerät ausklappen. Und dann schauen wir mal, ob wir die Ballen hier alle draufkriegen. Und jetzt müssen wir uns gerade doch nochmal schauen, wo müssen wir denn eigentlich für diesen Auftrag hin? Ähm, ja. So. Ballen pressen und wir müssen zum Viehhantel. Alles klar. Das war praktisch vorherzusehen. So, jetzt müssen wir kurz nachdenken. Den Ballen habe ich ein bisschen kleiner gemacht. Den werden wir also nicht aufnehmen können, der da, ja, ich hätte beinahe gesagt senkrecht steht. So. Ja, wie gesagt, also in letzter Zeit habe ich da ein bisschen, äh, nicht, oder nicht ganz so häufig Folgen hier produziert. Aber jetzt waren dann auch wieder zwei Folgen Big Farm Online. Und auch da wird es weitergehen. Auch da habe ich wieder ein bisschen, äh, vorgespielt. Um dann natürlich jetzt auch in den interessanten Teil zu kommen. So, wo hat es hier noch Ballen? Da drüben hat es keine Ballen. Müssen wir rechts rum. Soll also heißen, es wird wieder zukünftig mehr Folgen hier von unserer Alpen-Map geben. Und natürlich auch wieder mehr Folgen von unserem Big Farm-Projekt. Neben dem Livestream, äh, der Galgenberg. So, wie viele haben wir? Zehn Stück. Da sind noch vier, drei. Der Ballen ist zu klein. Der wird hier nicht drauf passen. Ich hoffe, dass wir also wirklich mit denen hier den Auftrag abschließen können. Sehr schön. Das müsste der letzte gewesen sein. Oder? Ich sehe keine mehr. Wir schauen noch mal. Also, wie gesagt, der da drüben, der Ballen, der ist ein bisschen kleiner. Den werden wir nicht aufnehmen können. Ach du Schande, der läuft auch noch. So, interessant war die ganze Sache auch deswegen wieder, weil wir hier diesen Bandschwader hatten. Das ist eine spannende Geschichte hier. Aber ich sehe keine weiteren Ballen, keine Quaderballen. Dafür wieder unsere Rehe. Das heißt, wir bringen das Material jetzt zum Viehhandel und dann schauen wir uns mal an, was wir da oben eventuell noch bauen können. Dann einmal hier durch den Kreisverkehr, aber wir nehmen gleich die zweite Ausfahrt. Sehr schön hier am Hof vorbei. Jo, und dann fahren wir hier rechts herum. Ach so, ich habe ja hier für die Folge den Verkehr mal ausgeschaltet. Einfach aus dem Grund, weil ich doch sehr viel jetzt mit Helfer gearbeitet habe, der das Material, die Gerätschaften, die Maschinen hier zur Wiese gebracht hat. Und dann ist es natürlich immer hilfreich, wenn autofreier Sonntag ist. So, da drüben unsere Felder, die wir hier mit Gras und mit Ackergras mittlerweile oder bearbeitet, ausgesät haben. So als Übergangsfrucht dann für den Frühling. So, dann hier links runter und die erste wieder rechts. So, und hier natürlich der Hinweis mit dem Zweijahrespass. Now available in Kürze natürlich das neue Paket hier mit der neuen Map, mit neuen Gerätschaften, mit neuen Früchten. Passt die Nacken, dann rote Beete und Karotten und natürlich mit den entsprechenden Erntemaschinen und den Maschinen, die man dafür braucht, um mit diesen Feldfrüchten zu arbeiten. So. Ein bisschen weiter rechts, weil ich glaube, der wird jetzt das ganze Ding hier hochkant stellen. Oder? Wenn der ablehnt. Nicht, dass wir dann oben anecken. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Auftrag abgeschlossen bekommen. So. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kommt ein bisschen Geld rein, dann können wir den Auftrag auch abschließen. Und zack, alles weg. Und dann gäbe es noch auf Feld Nummer 17, gäbe es ebenfalls auch einen Auftrag für die Grasgeschichte, die Feldbearbeitung. Müssen wir uns mal überlegen, ob wir das auch noch machen. So. Ähm, was ich jetzt machen will, da fahren wir jetzt hoch. Und zwar erst einmal zu dem Feld, das wir da oben kaufen könnten. Oder zu der Fläche. Denn wenn alles gut läuft und es läuft wieder so wie das letzte Mal, dann können wir tatsächlich mit der Forstwirtschaft, ja, mit einer Million rechnen. Also das ist sehr, sehr lukrativ, das, äh, die, die, diese Hackschnitzel-Geschichte. Und dann hätte ich nämlich, wie gesagt, folgende Idee dann für das nächste Jahr. Also nicht dieses Jahr, sondern für nächstes Jahr. Also da rennt wieder ein, ja, okay, zu spät. Äh, was war das jetzt? Äh, was war das jetzt? Okay. Wir hatten sowas schon mal, so ein komisches Phänomen. Aber da hatten wir hinten auch, äh, eine Gerätschaft, die nicht, äh, hochgebockt war, beziehungsweise die wir nicht hochgeliftet haben. Sondern die auf der Straße geschliffen hat. Und dann ist er auch durch die Gegend geflogen. Aber warum er jetzt hier durch die Gegend geflogen ist? Ich bin etwas irritiert. So, jetzt machen wir es mal in der Außenansicht, um zu sehen, was hier passiert. So, wir müssen hier den Berg hoch. Und dann kommen wir hier nämlich zu dieser Fläche. So, jetzt geht es hier links rein. Dann stelle ich mal hier den Trecker ab. Und mir geht es hier um diese Fläche. So, gehen wir mal kurz in die Luft. Zack. So, hier gibt es nämlich auch eine schöne, schöne große Fläche zum Bauen. Und da könnte man natürlich Folgendes machen. Lass mich mal kurz schauen. Tiere, Kühe. Da gibt es nämlich einen wunderschönen Hof. Beziehungsweise diesen hier. Bauernhaus mit angebautem Kuhstall. So, und der würde doch hier hervorragend reinpassen. Müsste ich natürlich überlegen, wie man den dann genau platziert. Ist jetzt auch nicht so, dass es viele Kühe hätte hier. Aber ich bin schon der Meinung, das würde gut hier reinpassen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt oder was ihr dazu meint. Und alternativ wäre, also das wäre hier so richtig, denke ich, ja, hier oben auf dem Berg wäre das, glaube ich, keine schlechte Sache. Alternativ könnte man natürlich auch Folgendes machen. So, nochmal hier hoch. Gebäude. Und zwar Farmhäuser. Da kommt es nämlich raus, meines Wissens. Und zwar Fachwerk nicht. Aber der hessische Hof hier. Das wäre natürlich auch cool. Das ist ein ganzer Bausatz mit mehreren Gebäuden. Übrigens, glaube ich, dürfte der eine das erkennen von der Frühling, von der Map Frühling. So, und da könnte man nämlich richtig cool das Ganze hier, ist übrigens auch auf der Galgenberg verbaut, dieser Gebäudesatz. Könnte man natürlich hier cool das Ding hier her setzen. So, und das hier richtig als Einfahrt und so weiter. Und da könnte man hier oben nämlich auch Kuhstall, Silos und ähnliches und dann eben damit hier oben zum Beispiel bauen. Also, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob wir hier oben wirklich die Fläche kaufen sollen, dann im nächsten Jahr, wenn wir richtig gut mit der Frostwirtschaft verdient haben. Und ob wir dann tatsächlich hier in diese Richtung hier einsteigen sollten. So, okay, das wäre dieses. Und das zweite Thema, da müssen wir mal schauen, das machen wir dann über die Map. Zack. So, weil da können wir nämlich hier hochspringen. Zack. Quatsch. So, und da sind wir jetzt hier, wo unser Schafstall ist und wir ja unsere ganzen Bäumchen haben für die Forstwirtschaft. Wie weit sind die eigentlich? Die sind jetzt bei 11,60 Meter. Da müsste ich auch mal wissen. Also, ich glaube, die werden irgendwie 26, 27 Meter hoch, ne? Oder? Also, die können wir natürlich jetzt noch nicht ernten. Das sind die Heißluftballons, glaube ich, die man da oben hört. Auf jeden Fall wäre hier auch nämlich die Option zu bauen. Und hier könnten wir natürlich eine Produktion bauen. Lasst mich kurz schauen. Wo haben wir es denn? Hier haben wir hier zum Beispiel aus dem Platinum Expansion haben wir dieses Sägewerk. Und das wäre natürlich auch eine Option, dass wir das dann zum Beispiel hier oben hin pflanzen und bauen. Und dann könnten wir nämlich eben Bretter und Ähnliches machen, auch Hackschnitzel. Das heißt, wir könnten eigentlich das andere hier abreißen. Also, das wäre zum Beispiel auch die Überlegung, ob wir hier oben einen kleinen, ja, Holzbetrieb, ein Sägewerk oder irgendwas hinmachen. Größeres Sägewerk wird da leider nicht hinpassen. Aber das wäre zum Beispiel dann auch eine Option hier für die Zukunft, wo ich mir überlegt habe, dass wir hier expandieren werden auf dieser Map. Im Moment reicht das Geld natürlich noch nicht, macht auch im Moment noch keinen Sinn. Das wird dann erst interessant, wenn wir eben hier die Bäumchen dann auch wirklich fällen können. Und da bin ich mal gespannt, ob eben ein Jahr auch ausreicht, dass wir dann hier wirklich arbeiten können. Auch hier gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob wir hier im Bereich Forstwirtschaft auch ein bisschen mehr machen sollen, um Geld zu verdienen, um ein bisschen zu expandieren. Und das dritte Thema, so, das wäre nämlich hier, bin ich nämlich auch am Überlegen, denn da habe ich ja auch mal gesagt, dass wir hier mit Sicherheit auch mal in den Bereich, ja, Hof BGA einsteigen wollen. Und da gibt es natürlich auch eine schöne Produktion. So, zack. Müssen wir mal schauen, wo ich die finde. So, war das diese hier? Biogasanlage 100. Ich glaube, das war sie. Das wäre zum Beispiel auch mal eine Idee, vielleicht hier mit dieser Biogasanlage hier auf dem Hof zu arbeiten. Oder eventuell sogar vielleicht hier auf der Seite. Müsste man sich da mal überlegen. Also auf jeden Fall haben wir hier mit dieser Fläche noch Optionen und auch zu expandieren, um irgendwelche Dinge dann noch für die Zukunft auf dieser Map zu machen, die das Ganze natürlich etwas interessanter gestalten. So, das soll es eigentlich für die heute Folge auch schon bereits gewesen sein. Ich wollte euch so ein bisschen mitnehmen in meine Gedankenspiele, was man hier alles auf dieser Map noch machen kann. Wir werden mit Sicherheit hier auf Neu-Mini-Brunnen noch eine lange, lange Zeit verweilen, weil ich diese Map einfach super finde. Auch eben von der Qualität her und auch von den Möglichkeiten. Und ihr seht es ja, es gibt hier einige schöne, schöne Felder und Bereiche, die man da noch ein bisschen expandieren oder ausgestalten kann. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr priorisieren würdet, in welche Richtung ihr uns in der Zukunft seht, was wir hier alles auf dieser Map noch zusammen erreichen wollen. Ja, wenn euch das Ganze wie immer gefallen hat, dann gerne natürlich ein Like dalassen oder noch schöner wäre natürlich ein Abo. Und nicht vergessen, die Kommentare richtig hier mal füttern mit eurer Meinung zur Expansion hier auf dieser Map. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder ein bisschen weitermachen hier auf dieser Map. Bis dahin sage ich Tschüss Chargerio, euer Baden Farmer. Bis dahin sage ich Tschüss Chargerio.